Hier im Berliner Halong-Hotel, da veranstaltet heute das Compact-Magazin eine Konferenz zur Rettung der Meinungsfreiheit. Und wir gucken jetzt mal, wer da alles so mitrettet. Darf ich Sie einmal... Ich wollte nur mal fragen... Aber Sie wollten doch die Meinungsfreiheit retten heute, oder? Na, selbstverständlich. Ich wollte nur mal fragen, wie? Danke. Hallo, guten Morgen, Boris Rosenkranz von Übermedien.de. Darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ihnen vielleicht. Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Hallo? Ich sage nichts. Gar nichts. Gar nichts. Weil Sie es nämlich das nächste Mal wieder rumdrehen und ganz anders darstellen. Ich habe jetzt... Es ist satt. Aber wir kennen uns doch gar nicht. Aber ich weiß, wie die Medien sind. Die erfassen doch jeden Tag. Kein Kommentar. Okay, also wir mögen gar nicht über Meinungsfreiheit reden. Ich möchte mit Ihnen nicht reden. Aber wir kennen uns doch bisher noch gar nicht. Das klingt, als hätten Sie was gegen mich. Ja, ich weiß aber, was draus gemacht wird. Das wissen Sie schon. Ich weiß das ja noch nicht mal. Ja, sehen Sie. Da geht Ihnen was voraus. Aber wir wollten doch einmal fragen, wie Sie die Meinungsfreiheit retten wollen. Ja, die werden wir schon irgendwie retten. Das sage ich Ihnen aber jetzt nicht. Was, das sagen Sie? Nein, ich muss da erstmal hören, was die da sagen. Ach so. Aber haben Sie schon eine Idee, wie man die Meinungsfreiheit retten kann? Ist sie überhaupt gefährdet? Ja, wenn man das verfolgt im Fernsehen, was da alles so von Quatsch erzählt wird. Was heißt Meinungsfreiheit? Und mich interessieren die Meinungen der anderen auch mal. Ich gehöre nicht unbedingt zur AfD oder sonst was, sondern ich möchte das einfach ganz gerne mal hören, was die dort zu sagen haben. Wollen Sie vielleicht eine Zeitung mit reinnehmen? Aber das ist noch keine Zeitung, das ist Dreck. Meinungen sind geteilt. Ja? Ja. Glauben Sie, Sie retten die Meinungsfreiheit? Nein, ich bin nicht... Sie wissen genau, was Sie machen, ja? Wissen Sie das? Ich weiß, was ich mache, ja. Und Sie? Wenn Sie das nicht machen, dann wissen Sie auch, was Ihnen passiert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine damit, dass in unseren Qualitätsmedien überall der gleiche Tenor herrscht. Alles einseitige Meinungen. Wirklich? Alles linke Presse, das wissen Sie doch selber. Alles linke Presse? Wollen Sie sich vielleicht was mitnehmen, mal reingucken? Ich kenne die Zeitung alle. Alles linke Zeitung, das wissen Sie doch selber. Weil die Medien alle mehr oder weniger ein paar wenigen Familien gehören. Ein paar Milliardären, die den Weg hier bestimmen. Alle Medien? Und wenden ja die meisten. Die meisten, der Spiegel zum Beispiel. Ja. Was ist mit dem? Ja, das ist genau so ein Fein, ein Feifenfein. Der Spiegel war vor 30 Jahren mal was Interessantes. Wäre das besser, wenn die gar nicht mehr da wären? Das sind die A-Zeiten, wiederholt sich alles. Wir kennen davon damals noch, wiederholt sich alles, das wurde geschrieben, was die Leute hören sollen, nicht, was sie hören wollen. Und dann wundern sich die Leute da, dass man Lügenpresse sagt. Toleranz bedeutet ja eigentlich, dass wir beide unterschiedliche Meinungen sind. Das wissen wir ja noch gar nicht. Und dann lasse ich Sie dann erstmal bei stehen, selbst wenn dem so wäre. Dann sage ich, okay, Sie glauben das, ich bin davon überzeugt. Aber ich lasse ihn damit stehen, ich tue ihm nichts. Das ist Toleranz. Aber ist das Comback-Magazin, ist das tolerant? Es hat einige Artikel gegeben, die würde ich kritisieren. Ich bin doch froh, wenn ich mit ihm reden kann, bin Elsässer. Gerade das letzte Cover hat mir gar nicht gefallen. Das mit den Schwarzen war mir zu einseitig gefärbt. Und Sie dürfen hier rein? Ja, weil wir ein Zimmer gemietet haben. Ach was, Sie haben ein Zimmer gemietet? Ja, wir haben ein Zimmer gemietet. Sie sind quasi doch Lügenpresse, oder? Also wenn man da steht, nein. Wenn man hier steht, dann offensichtlich. Aber natürlich sind wir keine Lügenpresse, genauso wenig wie Sie. Ach was. Ach ja. Okay. Und werden Sie hier drin herzlich empfangen? Also so mit Körperkontakt, ja. Ach was. Gab es schon Schlägerei? Nein, aber man hat versucht, uns am Film zu hindern und allem Mögliche. Aber wir haben leider einen Raum, der direkt neben dem Veranstaltungsraum liegt, sodass wir da immer durchgehen können. Keine deutsche Sprache kennen Sie mehr richtig, die Schüler? Aber das ist ja nicht Meinungsfreiheit. Das ist ja was anderes, oder? Ja, doch. Wenn das jetzt so gesteuert wird, das wird doch so gesteuert. Von wem? Von irgendwo vom Staat her. Ja, 9-11. Alles, was so passiert, auch hier in der Welt und in Europa. Die 9-11, deshalb ist die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr. Okay, das müssen Sie erklären. Was nicht richtig erzählt wird, den Leuten, ne? Das wird ja nicht richtig erklärt. Was wird nicht richtig erklärt? Ich muss da rein. Sie gehen wohl nicht zu der Konferenz, nicht? Ich bin bescheuert, bei denen da reinzugehen, bei den Haufen Nazis, die da drin sind. Was soll ich denn da drin? Sind das Nazis? Natürlich sind das für mich Nazis. Wenn ein Mann wie Herr Bachmann heute spricht, der ist doch einer der krögsten Faschisten, der ist doch ungewünschte Personen in Teneriffa erklärt worden. In Teneriffa? Naja, aber in Deutschland ist das genauso. Herr Sellner, Sie wollen heute die Meinungsfreiheit retten. Wie haben Sie das denn vor? Wie soll das gelingen? Im ganzen Land, ganz Deutschland, haben die Leute Angst, ihre Meinung zu sagen. Ist es so? Absolut. Das erkennen Sie aus Österreich? Ich kenne das aus Österreich, aus Deutschland. Man erkennt es im Gespräch mit allen Menschen. Man erkennt es auch an der Empörung. Alle haben hier Angst? Ich glaube, es gibt eine große gesellschaftliche Angst und Vorsicht, über die brennenden Themen zu sprechen. Aber Sie dürfen doch alles sagen, was Sie wollen, oder? Sie können jetzt hier alles sagen, es sei denn, also das... Ja, ich bin Rentner, ich kann mir das sagen jetzt. Ich meine, als Rentner kann man eh alles sagen, ne? Ja, als Rentner können Sie mich ja nicht entlassen. Ist die Meinungsfreiheit überhaupt in Gefahr? Na ja, wenn ich mir so manche Herrschaften da drüben angucke, habe ich da meine Zweifel. Wirklich? Das, was Jürgen Elsässer in seinem Magazin verbreitet, ist Rassismus, ist rechte Hetze, hat nichts mit Meinungen zu tun. Die meisten Leute erkennen jetzt in Deutschland, wir brauchen hier eine Wende, es muss aufhören, wir brauchen einen Stopp. Aber es traut sich keiner darüber zu sprechen. Ach was, da traut sich keiner, aber hier wird doch heute darüber gesprochen. Das machen wir. Deshalb brechen wir den Land zu und Sie sehen ja auch, wie viel Empörung eine ganz normale Konferenz hervorruft in einer Demokratie. Es geht um Standpunkte, Meinungen sind scheiße. Und das, was Sie als meinungsfrei verkauft, bedeutet in Gegenden wie Bautzen, Heidenau oder Görlitz, bedeutet für viele Menschen, dort durch die Straßen gejagt zu werden. Dass die hier jetzt ihre Meinung äußern, das passt denen auch nicht so richtig, ne? Eigentlich stört es mich gar nicht, ich finde es sogar witzig, weil dadurch haben wir ein nettes Ambiente und auch Medienaufmerksamkeit, warum nicht? Ja, ist doch schön, da können Sie jetzt plötzlich Ihre Meinung sagen, obwohl Sie eigentlich die Befürchtung haben, dass Sie gar nicht Ihre Meinung sagen dürfen. Ich glaube, man kann die Meinung sagen, das hat soziale Konsequenzen. Wenn man hier nur hetzt und so weiter und nicht Argumente findet oder argumentiert, dann muss man sich nicht wundern, dass dann also eine Gesellschaft irgendwie zerbricht. Wollen Sie sich vielleicht noch, wir haben hier Zeitung, wollen Sie sich vielleicht eine Zeitung mit reinnehmen, was zum Lesen? Ja, was hätten Sie am liebsten? Wenn schon den Spiegel. Wenn schon den Spiegel? Ja. Also da stehen gute Sachen drin? Doch, ja, Spiegel. Dann erzählen Sie das gleich mal da drin. Ich lese in der Regel die Zeit. Möchten Sie vielleicht eine Zeitung mitnehmen? Da sind ganz viele Meinungen drin, oder? Warum nicht? Gerne. Was hätten Sie denn gerne? Was lesen Sie gerne? Haben Sie, vom Markt haben Sie nicht dabei, oder? Nee, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Eine FAZ hätten wir hier zum Beispiel. Irgendeine Zeitung. Irgendeine Zeitung. Nehmen Sie mal FAZ, das ist doch, oder? Ja, wenn Sie wollen, nehme ich die mal mit, ja. Da wird man nichts dagegen. Gute Lektüre da drin, aber zeigen Sie es nicht so vielleicht. Ach, warum? Das ist besser. Warum? Ich glaube, das mögen die da nicht. Ach, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020